Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Tesla Nachrichten. Es freut mich, dass du wieder dabei bist. Heute schauen wir uns Updates rund um die Durchschnittspreise in Amerika an. Es ist ein sehr guter Vergleich, der darstellt, dass die Autopreise generell immer weiter angestiegen sind. Und das ist ja nicht nur in Europa der Fall, sondern eben halt auch in Amerika. Das Thema werden wir heute einmal beleuchten. Auch noch mal ein Update zum Thema Hardware 3 und Hardware 4. Und ich habe noch viele andere Sachen vorbereitet. Also freut mich, dass du wieder dabei bist. Starten wir rein noch mal als Ergänzung zum gestrigen Video. Ein Retrofit bzw. ein Austausch der Hardware 3 auf Hardware 4 in bestehenden Autos wird laut der internen Quellen hier, die ich ja gestern geteilt hatte, nicht geplant. Es ist keine große Überraschung. Das wäre jetzt auch was ganz Neues, wenn Tesla so etwas machen würde. Dafür ist Tesla in der Vergangenheit auch nicht bekannt gewesen. Das wollte ich nur noch mal ergänzen, sollte diese Frage aufkommen. Laut internen Quellen von Reuters, die ihnen zugespielt worden ist, ist es wohl so, dass auch die 4.000 Autos, über die ich gestern berichtet hatte, dann doch vor dem Plan sind. Ich bin mir sicher, dass man die internen Pläne ein bisschen zurückgefahren hat, nachdem es doch letztes Jahr ein bisschen länger gedauert hat. Die 4.000 Autos sind aber doch sehr, sehr schnell jetzt erreicht worden und sind laut internen Plänen dann jetzt schneller erreicht worden als geplant. Und hier sehen wir auch noch mal den Parkplatz. Der wird sicherlich demnächst auch ausgebaut. Ob da noch mal eine neue Fläche sich gebaut wird oder ob man jetzt diesen bestehenden Parkplatz weiter ausbaut, das ist noch nicht klar. Aber wir sehen, es gibt schon viel Gedränge hier von den letzten Aufnahmen, die hier Tobias Lindt mit seiner Drohne aufgenommen hat. Dann wollte ich noch mal auf das Thema Heizung eingehen, denn ich hatte jetzt darüber noch nicht so ausführlich berichtet. Es ist ja ein Problem, welches schon viel länger da ist. Das muss ich natürlich auch dazu sagen. Und diese defekten Heizungen haben dazu geführt, dass viele ihr Auto abgeben mussten. Manche haben das Glück, dass sie einen Ersatz-Tesla bekommen haben, andere nicht. Und hier ist es leider so, dass viele sehr lange warten und gleichzeitig aber das Problem haben, dass es überhaupt gar keine Kommunikation gibt. Keine Zeiträume, wie lange muss man warten. In diesem Fall hat mir jetzt jemand hier das mitgeteilt, noch mal in meiner Gruppe. Übrigens Link in der Beschreibung. Da können wir uns genau über solche Themen austauschen. Und er hat einfach überhaupt gar keine Infos bis dato. Und das ist nicht der Einzige. Lass mich gerne wissen in den Kommentaren, ob du das gleiche Problem hast oder schau gerne bei uns auf EK-Review in meiner Gruppe vorbei. Und da kannst du auch deinen Tesla bewerten. Was ist deine Erfahrung mit Tesla? Schreib das gerne einfach dorthin. Wir sammeln die ganzen Informationen, damit andere Leute wissen, wie es ist, ein Elektroauto zu fahren. Und wir wollen ja die gesamte Elektroauto-Community voranbringen, damit andere davon überzeugt werden, auch ein Elektroauto zu kaufen. Das wiederum könnte natürlich auch ein bisschen schwerer werden. Wir wissen ja, dass seit Corona die Durchschnittspreise von Autos stark angestiegen sind. Und das ist in den USA jetzt auch sichtbar. Also Autos, die unter 25.000 Dollar auf dem Markt sind, sind rapide gesunken. Auf der anderen Seite sind Autos, die über 60.000 Dollar kosten, immer weiter gestiegen. Und das ist natürlich auch in Deutschland der Fall, nicht nur in Amerika. Leider habe ich dazu keinen Graphen für Europa. Aber wir wissen ja, dass die Autobauer vor allem durch die Lieferschwierigkeiten sich auf die teuren Modelle konzentriert haben. Und es ist natürlich im Rahmen der Elektromobilität sehr, sehr wichtig, dass es auch im niedrigen Preissegment einfach viel mehr Angebote gibt. Da ist natürlich die Definition, was ein preiswertes Elektroauto ist, natürlich für jeden etwas anderes. Viele sprechen von einem Auto unter 30.000 Euro. Das ist etwas, wo ich auch sagen würde, dass noch eine ganz neue Zielgruppe erreicht wird. Und das ist ein Problem, welches angegangen werden muss. Morgen ist der Investor Day, vielleicht wissen wir dann schon ein bisschen mehr und können dann auch tatsächlich sagen, ob Tesla hier in dieses Segment in den nächsten 12, 15 Monaten eintreten wird. Ja, es gab ja Anfang des Jahres die Preissenkungen und danach gab es dann nach der ersten Begeisterung natürlich auch heiße Diskussionen, ob überhaupt Leute Autos ohne die Parksensoren kaufen sollten. Es gab viel Feedback dazu auch. Und in China sieht man jetzt, dass es ein sehr gutes Quartal soweit ist, wenn es einfach um die Auslieferungen geht. Es gibt aber auch Bedenken, dass man natürlich sich erhofft hat, dass die Verkaufszahlen noch viel höher sind. Da gehen die Erwartungen immer ein bisschen auseinander. Der chinesische Markt, da hatten sich ja auch viele schon zu geäußert, ist für deutsche Autobauer ein sehr schwieriger geworden. Wenn wir uns jetzt also die Faktoren anschauen, wie eine Brand wahrgenommen wird bei verschiedenen Punkten wie zum Beispiel Visibility, Familiarity, Ästhetik und so weiter, dann ist es eigentlich so, dass in einem Segment, wenn man in einem Segment schon vorne ist, es eine sehr gute Leistung ist. Was heraussticht, ist, dass Nio, Tesla, BYD hier tatsächlich in den meisten Sektionen da sind. Wenn es um die Confidence geht, dann hat man hier auch Tesla, BMW, VW und Mercedes. Aber bei vielen anderen Segmenten fehlen die deutschen Autobauer, weil entsprechend BYD, Tesla, aber auch Nio hier wirklich sehr stark unterwegs sind. Wenn es um die Photovoltaik geht, also Solar, dann geht es weiter. Der Trend zeigt nach oben. Die Voraussagungen werden, wenn man jetzt hier in diesem Fall die International Energy Agency nimmt, dazu führen, dass man bei 2026, vielleicht auch schon 2025, je nachdem wie schnell es geht, dann die Kapazität von Photovoltaik alle anderen Segmente überholen wird. Auch Windkraft wird weiter zunehmen und dafür sind natürlich auch Batterien wichtig. Nicht für die Windkraft jetzt in diesem Fall, aber mehr für Photovoltaik, denn die Energie muss ja auch irgendwo zwischengespeichert werden. Und Tesla arbeitet weiter daran, die Batterieproduktion voranzubringen und damit arbeiten sie dann auch mit einem Unternehmen hier zusammen, mit L&F. Hier geht es darum, dass man erstmal Batterien für Elektroautos hat, aber wir wissen, dass solche Zusammenarbeiten mit einem Unternehmen wie L&F natürlich auch noch weiter ausgebaut werden können, um Batterien auch für die Batteriespeicher, die Megapacks, die Powerwalls und so weiter dann zur Verfügung zu stellen. Hier geht es tatsächlich um ein Volumen für 400.000 Elektroautos für zwei Jahre. Manche Stimmen gehen sogar noch von mehr aus, kommt immer ein bisschen auf die Batteriegröße an. Ja, wenn wir uns den Strommarkt anschauen und den Preis, den man hier im Februar im Durchschnitt sieht, ja, dann ist Deutschland sicherlich nicht an der Spitze. Man sieht, Skandinavien ist immer führend, wenn es um die Preise geht. Es ist aber so, dass man sagen kann, dass hier auf jeden Fall Deutschland noch ein bisschen Potenzial hat, niedrigere Preise zu erzielen. Mit 128 ist man hier sicherlich jetzt nicht an letzter Stelle. Man sieht vor allem in Südeuropa, wenn es Italien ist, wenn es Griechenland ist, aber auch Frankreich zum Thema Atomenergie. Es ist nicht so billig, wie sich das alle so erhoffen. Ja, dann schauen wir weiter bei dem Thema Investor Day haben wir tatsächlich noch die Uhrzeit. Und zwar wird es morgen um 10 Uhr abends losgehen. Es wird natürlich einen Livestream geben auf Tesla YouTube. Ich selber werde keinen Livestream machen. Ich werde aber den Livestream am Donnerstag durchführen. Und da schaust du gerne vorbei, wenn du Zeit hast um 18 Uhr. Da werden wir alle Details nochmal durchgehen, die dort an diesem Tag dann besprochen werden. Und es wird sehr, sehr spannend werden. Da bin ich ziemlich sicher. Also, danke für deine Zeit. Ich hoffe, dich morgen wieder hier begrüßen zu dürfen. Bis dann und tschüss.